Oh Mann, Alter. Und dann braucht die Fette so einfach stundenlang, um es zu spawnen, Alter. Wesens hat das Wesen noch ein gutes Ende genommen. Trotz allem, dass wir den Stufe 1er im Team hatten. Ja, aber es ist auch leider letzter gewesen. Hat es nicht so viel geleistet, aber ja. Wir haben trotzdem gewonnen, also von daher kann ich nichts sagen. So Freunde, aber damit offiziell herzlich willkommen zu einem neuen Part von Splatoon 2 Online. Kann ich mal sagen, habt ihr nochmal ein Ergebnis vom letzten Part gesehen. Oh ja, jetzt geht auch offiziell der Part los mit der neuen Runde auf dem Korallienviertel. Schönes Auto hier, nur was erwähnt. Oh ja, ja, ne, noch hier beobachtet. Dann haben wir einen Gewinnwesen, so mal diese Runde. Denn ja, am letzten paar haben wir zwar auch noch so gesagt, wie gesagt, wie gesagt, die eine Runde gewonnen, aber... So gerade eben wie gesagt, also... Noch gewonnen, aber ja. Ja, trotzdem. Ja. Rauben mir, also ich hab's ja schon im letzten Part gesagt, rauben mir so langsam die jetzigen Ereignisse ein wenig den Spielspaß an diesem Spiel. Ich hab's ja schon im letzten Part erwähnt. Erwähnt. Wenn's der letzte Part dann war. Dass, ja, desto weiter man kommt, desto weiter ich zumindest komme, wenn ich ja nur bei anderen auch so sage, desto mehr immer, wenn ich weiter... desto weiter ich komme, desto... Mehr raubt mir dieses Spiel den Spielspaß. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, woran das liegt oder ob das überhaupt noch andere haben, aber ja. Bei mir ist es halt so. Mir fällt es so auf und ja, ich will's nicht halt immer so sagen. Wenn's überhaupt jemanden interessiert. Wesen sind die, äh, sind die, äh, die anderen Wesen jetzt endlich mal in Gefahr. Wir haben jetzt erstmal eine gewisse Chance zu gewinnen. Sie ist noch weiter nur gering. Oh, lol. Beide gekillt. Ganz, ganz wichtig. Dass wir die beiden los sind. Der beste Angriff, den ich, wollte's nicht mal so sagen, der beste Angriff, den ich mit den Rakiken gemacht habe, ist, ich hab hier, äh, alle vier Anvisiert-Gegner, waren irgendwo hier alle versammelt und ich hab drei getroffen. Einer konnte ausweichen, aber die anderen drei kriptierten. Das wollte ich nur mal sagen, der beste Angriff, den ich, äh, hinkriegte. Das war zwar leider all screen, aber ja, ich weiß mir nur so sagen. Muss ich nur erwähnen. Und ja, bisher sieht's gut aus. Solange wir sie weiterhin in Gefahr behalten, äh, und ich war hier schön alle weg, ohne, sieht's gut aus. Scheint wäre eine gute Runde zu sein, hier immer wieder. Zum Glück haben wir jetzt oft genug asoziale Runden gehabt. So, hier nochmal ein bisschen reingehauen. Also, im Punktestand kann ich eigentlich auch nicht so schlecht sein und gewonnen haben wir definitiv. Ich war ja auch die ganze Zeit in Gefahr. Das ist keine große Frage. Oder keine große Überraschung, so. Du weißt es nicht. Ja, wollte schon sagen. Nur schlechte Punktseil kann ich eigentlich auch nicht haben. 2012. Wäre lustig gewesen, 2017. Das wäre lustig gewesen, 2017 Punkte gehabt. Passend zu diesem Jahr. Aber 2012 war schon vorbei, tut mir leid. Da ist es ein bisschen verkehrt. Was aber lustig ist, wenn wir zu dem Punkt nochmal zurück, 2012 war aber dafür der Release der Wii U. Und glaubt, 3DS auch. Oder? Ja doch, ich glaubt, da war sogar der Release von 3DS. Weil ich kann mich hier erinnern, oder nee, nee, nee. Nee, jetzt hab ich nicht vertan, stimmt, nee. Ich dachte, der Release von 3D Lamp wäre 2012. Und so, ich hab mir gesagt, nee, stimmt. Der Release von Mario 3D Lamp war ja 2011. Stimmt, hab ich ein bisschen vertan. Dann ist der 3DS 2011 rausgekommen, stimmt. Wii U kam 2012 raus. Mit Nizumor was Wii U. Wind Waker HD, glaub ich auch. So, Wind Waker HD kam, glaub ich, auch zu Release raus. Bin mir auch nicht sicher. Aber Nizumor was Wii kam auf jeden Fall da raus. Aber ja, wie gesagt, wie gesagt, nur zu mal zu den Punkten da, zu den 2013 Punkten da, haben wir uns zurückgekommen. Dafür, dass, wie gesagt, nicht das jetzt hier ja ist, Kadern, lustigerweise der Release der Wii U. Ja, ich weiß, wie gesagt, die Wii U wurde zwar letztendlich jetzt nicht so erfolgreich, trotz zwei grandioser Spiele. Meins sind natürlich Mario Kart 8 und Splatoon. Trotz der zwei Spiele konnte er ja sich die Wii U ja trotzdem nicht so gut verkaufen. Also war zumindest nicht so ein guter Erfolg. Schnell über die Brücke. Schnell über die Brücke. War ich doch in meiner Hand? Ich dachte, da wäre einer. Das. Zweiter. Was hat sie da gemacht? Ach, sie wurde, ach, sie wurde rausgeworfen. Habt ihr es gerade gesehen? Sie ist so hier, sie ist so abgepufft. Also sie ist auch gestorben. Aber ihr habt es so, ihr habt vielleicht einen Dampf da gesehen, dieser Rauchteil da kommt es. Sie ist rausgeworfen worden. Ja, und sie ist es auch schon, die Erkleckswoller da hinten. Ja, schon die ganze Zeit ist eine Weile X. Sie ist rausgeworfen worden. Ihr Hintergrund ist wahrscheinlich im Arsch. Lell. Ja, dann müssen wir es so schaffen, oder? Jetzt sind die nur schon, äh, schon zu dritt. Ah, komm, stört. Oh, komm, jetzt. Lappen. Jetzt sind wir auch schon, äh, sind wir, sind die ja schon zu drittes. Wenn wir uns so wollen, kriegen die... So, heute abgelaufen. Das ist ja gewesen, nämlich Kinder. Na ja, doch, doch, doch. Gerade, der mich gerade geklärt hat. Zu mir was, wo? Warte, ich komme. Ich muss hier nur ein bisschen durchkämpfen. Ich nehme ein bisschen zu viel Lila. Hau ab. Ja, ich komme. Ja, ja, ich komme. Meine Güte. Wow. Bitte. Boah, schon wieder hinter mir. Weg. Komm, es auch mal gewonnen. Äh, definitiv haben wir das für uns gewonnen, oder? Ja, definitiv. Wie gesagt, die war noch nur zu dritt. Letztere, äh, so gegen Ende. Ja, war schon selbstverständlich, dass, äh, wir gewonnen haben. Dolly, äh, die, die, äh, rausgeworfen wurde. Hä, sie hat doch eigentlich was gemacht. Von Lame, dass sie null Punkte hat, weil sie hat, äh, der hat eigentlich was gemacht. Sie hat ja eingefärbt. Ich hab sie ja davon abgehalten, ne, und, äh, als ich die Kinder über sie ja rausgebrochen worden. Aber ja. Komisch. Eigentlich müsste bei ihr wenigstens ein paar Punkte stehen. Oh, ne, egal. Dann halt nicht. Ups, ich hab viel zu viel mit den Papagons. Scheiße. Äh, nicht mit den Papagons, aber zu, äh, viel zu spät, die, äh, das beendet. Scheiße. Sorry, hab da jetzt, ja, komm, das Intro müssen wir über kennen. Also, ja, wir haben nicht viel verpasst, wenigstens. Klang, mach ab. Tschüss. So, nicht verschont mich mal hier und auch hier oben. Hui. Hui, hui. 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 Hui, alter Warum ist hier keine Sau, hallo. Ja. Sind sie da alle überall Base oder was macht das? Ah, nee, ah, hier, guck mal hier. Sankt komponiert in den Weg ich werde mir leben und ja, weg, weinated! Nice! Gammete-do, so! Lappen! Ah fuck! Ich konnte ihn auch aufhalten, konnte ihn auch aufhalten, um jeder noch mehr Bullshit hier zu treiben. Das ist neu. So. Neu konfiguriert. So, halt aufgehört, okay. Er hat sich wieder beruhigt. Scheiße, ausgerechnet habe ich keinen Sinn mehr. Vor dem gerade weggeleitet. Doch, habe ich noch! Ich habe mich noch weggeleitet. Den leider nicht mehr, den hat jemand anders gekillt. Aber, lol. Scheiße, er war schon tot. Ist was? Scheiße, der Sprung hat verkackt. Ich gehe jetzt mal ein bisschen hier rüber. Ich gehe jetzt mal ein bisschen hier rüber. Ich gehe jetzt mal ein bisschen hier rüber. Hihihi. Schön gemacht. Das sieht wie immer mal gut aus. Ich bin wieder da hoch. Das ist irgendwer. Ne, okay, die haben wir gesichert. Das sieht gut. Wuiiii. 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 Ah, der kommt jetzt her los. Nice. Ist irgendwer? So. Oh ja. Das war eine richtig geile Runde. Wird doch mal wieder Zeit. Dass das jetzt wieder ein bisschen mal wieder diese Skills zurückkommt. Haben jetzt lang genug gesackt. Boah. 11 Kills. Mega. Schau dich das mal an. 11 Kills. Das war auf jeden Fall eine meiner besten Runden. Auf jeden Fall. Wenn nicht sogar die beste. Ich weiß, das kann ich jetzt nicht behaupten, aber es kann sein, dass es sogar die beste Runde bisher war. Ich meine, es wird zwei Let's Plates mit ist. Es wird eins, aber ich weiß nicht. Leute, schaffen wir uns nochmal so eine geile Runde auf die Beine zu stellen. Auf jeden Fall ist es wie die gleiche Map. So langsam bekomme ich auch langsam, wie gesagt, mich hier einzuleben in diese Map. Dieser Ton damit ist irgendwie geil. Da kann ich richtig geil welche Red-Green-Aiden mit meinen Insta-Women. Das ist ziemlich geil. Also langsam bekomme ich mich doch noch nicht mehr, obwohl ich sie anfangs noch nicht scheiße fand. Das war ziemlich auch noch in den vorigen Parts. Aber nö, inzwischen finde ich die echt nicht geil. Stimmt. Fuck. Ich bin lustig. Ich bin lustig. Du bist eh nicht mehr! Ich bin lustig. Ich bin lustig. Ich komm mal schnell hin. Danke, Gott! we 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 a lot of children's money not yet galvo we are ach sehr hoch hier jetzt bin ich in der Map untergefallen toll Mann boah haut da ab hier ja schön gemacht komm lass bitte ein Typen auf den Turm sein damit ich mich gleich hier da hin damit ich gleich da hin jumpen kann natürlich ist da keiner keine Sau in der Nähe nein der ist immer von den Gegner eingenommen worden scheiße Mist sie sind so eine Falle ah nee die Mehrwert mit die Runde sieht scheiße aus der sieht nicht aus bislang da hoch natürlich kommt der hoch ey Mann was für ne Frage der kommt bestimmt auch hoch oder der kommt auch hoch ne der kommt ja doch nicht Mann ja krass krass so noch weg wer weiß das war wir haben wir haben wir haben da Leute wir haben wir haben wir haben Vorher wollte ich sie überhaupt nicht haben. Jetzt will ich sie haben. Die Uni Schicksals, lol. Aber naja, so ist es halt. Jetzt bekomme ich nicht Spocker. Ja, okay, jetzt gibt es dazu. Jetzt gehe ich mal wieder auf Einfragen zurück. Das heißt, ich werde mir mal ein bisschen ein... Scheiße, die haben schon den Tauber eingenommen. Das muss ich gleich ändern. Ich sage, das muss ich gleich mal ändern. Ah, fuck! Ich kann es aber nicht ändern. Er ist aber runtergefallen. Noob. Gleich mal runtergefallen. Ich muss unbedingt hier... Meine... Meine Schwarmraketen. Ich muss meine Schwarmraketen aufladen. Ja, ich schieße sie ein bisschen rüber, komm. Gib mir ein paar Punkte. Ich möchte meine Schwarmraketen aufladen. Ja, gut, das kommt zu mir mit deinen Schwarmraketen. Toll. Da, komm. Lade es auf. Ach, jetzt ist sie frei. Super. Jetzt habe ich meine Schwarmraketen aufgeladen. Jetzt ist sie da umfrei. Super. Hey, das war doch mein Kind. Ich habe sie noch weggerenedet. Betrug. Bam. So. Pack ich noch den Fallen. Er ist beschwerendlich, dass da eine so eine Nupe fehlt und drunter fällt, aber jetzt falle ich selber unter. Super. Super. Toll. Während ich die Raketen abgefeuert habe, hat er mich mit dem Raketen abgeballert. Toll. Epic Fail. Komm, wir sind noch ein bisschen reißen, komm. Ich kann gleich wieder darauf, aber erst mal will ich ihn bis er einfernen. So, okay, du reißst dann bis und nicht, geh wieder hier hoch. So und so und so und so. Komm, gehen wir in meine Falle, los. Bam und. Bam. Na, scheiße, das ist so gut. Komm. Ja, versuchst du rüber zu gehen. Ja, aber er war doch. Er war doch weg. Mann. Wir haben das gemacht. Ja, jetzt kommt er irgendwie mit hier, ey. Halt dein Maul. Okay. Wir sind immer noch oben. Und die sind in Gefahr. Ja, weggewinelt. So. Das müssen wir gewonnen haben, oder? Ja, doch, definitiv. Schön, dass du ohne für diesen Part. Nice. Ja, okay. Was? Nur zwei Kills? Das sind verarschen. Das waren definitiv mehr. Na, bis auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.